Was ist die Allergie-Diagnostik für die Allergie-Diagnostik? Wir machen für die Allergie-Diagnostik zwei verschiedene Untersuchungen, und zwar einen Prick-Test. Das ist ein Subcutaner-Test mit Allergenen. Und zwar wird mit einer Lanzette in die oberste Hautschicht ein Allergen, also eine Lösung, eingebracht und nachher beobachtet, was es für eine Hautreaktion gibt. Andererseits haben wir einen Blut-Test, den nennen wir den Rast-Test, wo wir uns die Antikörper anschauen, auf welches Stoffe oder auf welche Mitteln der Patient Antikörper produziert. Der Prick-Test ist ein Subcutaner-Haut-Test, wo mit einer Lanzette in die oberste Hautschicht eine Lösung eingeführt wird und nachher schaut man sich die Reaktion an und wir schauen, ob auf der Applikationsstelle ein Quartel kommt, eine Rötung, Juckreiz. Und bei einer positiven Reaktion ist der Prick-Test natürlich als positiv zu werten. Die Blutuntersuchung ist ein wesentlicher Part in der Allergiediagnostik, um den Stoff zu identifizieren, auf den man allergisch reagiert. » « Untertitelung des ZDF, 2020